3, 2, 1... Here we go! Uh! Oh, was? Wir nehmen... Ah! Nein! Hilfst du mich eigentlich? Nein! Ja! Wir gewinnen sowas von... Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen bei der Chaos Crew. Und heute mit ein paar bekannten Gesichtern, nämlich... Claudio! Mit René und mit... Danja! Hallo! Achso, ich bin auch noch da. Das hätte ich natürlich gerade angekündigt. Leider! Wir machen heute wieder ein bisschen Chaos. Das ist von hier gerade schon. Denn wir werden heute Roblox-Memory spielen. Und der Gewinner... Nein! Der Verlierer muss sein Einhorn abgeben! Nein! Zumindest, wenn du verlierst. Ich gehe, ich gehe. Okay, Danja, es war Spaß! Ich gebe mein Einhorn... Ich werde heute auch dabei sein. Zeitgleich geht das Video auch bei Spiel mit mir online. Da haben wir genau das gleiche gemacht. Adopt Me Memory. Aber... Mohr gegen Claudio. Monsieur Claudio. Dann, ich hoffe, du holst das hier fürs Team-Spiel mit mir. Natürlich ist das ein Team-Spiel mit mir gegen Team... Keine Ahnung wer. Ich kenne die gar nicht. Und wir machen heute best of three. Okay? Aber wie ist das eigentlich, wenn man jetzt eines richtig hat? Darf man dann weitermachen? Eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Ist vielleicht eine gute Idee. Das war vorher die Regel. Einmal kurz... Ja, Snooki, ist doch klar. Wenn du ein Pellchen hast, machst du weiter. Ich frage gerne. Okay. Und wie macht Schnick, Schnack, Schnuck, wer starten darf? Ich würde sagen, da ist unser Kanal. Jetzt fangen wir an. Nein! Schnick, Schnack, Schnuck, was bist du? Unser Kanal! Schnick, Schnack, Schnuck! Ja! Sehr gut, Tanja! Ja, ja, ich lasse euch auch anfangen, weil... Das ist aber nicht so gut mit dem anderen Tag eigentlich schon. Wer nicht dran ist, setz dich mal dahin. Ja, würde ich auch, dann setz dich hin, komm. Three, two, one. Here we go! Oh, das ist Baby René mit einer Pizza? Ja, mit einer ungebackenen Pizza. Oh, was ist das denn für ein Wagen? Das ist Clowns Auto. Ah, okay. Das hat Baby René von mir geschenkt bekommen. Oh, natürlich wieder geschenkt bekommen und nicht gekauft! Das ist ja so klar! So. Die Scammer-Crew anstatt die Chaos-Crew. Fang mal hier an. Oh! Oh! Wo war's? René, wo war's? Ich bin... Nein, 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 nein. Also vergessen habe ich es nicht. Aber das war hier oder hier? Ich glaube, das war hier. Was? Jawoll! Mach zu, mach zu, mach zu. Äh, Danja, bitte! Danja, konzentrier dich jetzt! Pass mit deinen Schuhen auf, dass du niemanden verletzt. Ich meine, das war das. Ja! Jetzt! Du hast die gerade vertauscht. Ja, genau. Sehr gut! Einzimmer! Ja, ja, okay. Ich lass euch ein bisschen... Kannst du mir geben? Ich sammle unsere Punkte hier. Aber nur unsere Punkte. So, das ist Punkt Nummer eins für Team Spiel mit mir. Bam! Versuch deine Suche ein bisschen zu erweitern. Stell durch mal neben Kanda hin. Was soll meine Suche erweitern? Oh, das ist ein Greifvogel. Jetzt ein Griffin. Ja. Diese Schuhe, ne? Ehrlich. Was? Und ein roter Panda. Wenn du so stammst, dann kannst du das Haus zerstören einfach. Godzilla. Oh! Das ist ein Süße! Sehr, 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 sehr schöner Baby. Voll der Süße! Wieso bin ich nicht dabei? Ja, weil du hässlich bist. Das wird keiner sehen. Und Shane! Shane! Oh mein Gott! Da werde ich gleich ganz rot, wenn ich Shane sehe. Wollte ich grad sagen. So, Danja, konzentriere dich. Versuch eine Karte zu finden, die wir schon hatten. Shane war hier in der Ecke. Hey, du darfst nicht den zeigen. Erzähl nicht. Okay, das ist ein Shiba Ero. Das war doch das Klauen-Auto! Mann! So, jetzt weiß ich aber auch, wo das Klauen-Auto ist. Rene, hast du's nicht gemerkt? Ja, ich schau mal gleich, ne? Okay. Das hattest du doch gerade schon. Ey, du guck mal, guck mal bitte Claudio. Zeig mal Claudio. Zeig dich einmal, bitte. Ach, ich dachte hier, jetzt bin ich auch. Wie, nochmal eine Pizza? Ey, ist das das gleiche Bild? Ne, ist nicht das gleiche Bild. Ey, warte mal, ja, warte. Doch, das ist ne. Aber das ist ein anderes. Nein, das ist genau das gleiche. Nein, das ist genau das gleiche. Das ist eine andere Pizza, eine andere Pizza. Ah, okay, das hätt ich nicht gemerkt. Ja. Tricky. Okay, Danja, konzentrier dich. Mach mal was von da auf. Da hatten wir noch nichts. Ja, mach mal. Oh, warte mal. Der war doch... Da, ja. Der, oder? Da, da, ja. Ey. Nein! Nein! René, du weißt jetzt, wo es ist, oder? Aua! Was ist das? René, du weißt doch, wo es ist. Nein, du darfst nicht helfen. Du weißt doch, wo es ist, René. Zeig euch! Du weißt doch, wo es ist. Nein, ey, das zählt nicht. Das zählt nicht. Nein, das zählt nicht. Ich hab nur die Kamera in der Hand. Das zählt nicht. Du weißt doch, wo es ist, oder? Mach nicht so frech diesen jetzt. Oh! Oh! Man kann doch was über das Falsche gesagt. Wir machen mal weiter. Hier. Punkt die Stamm? Ramsey. 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 Okay. Das ist jetzt Glück. Das ist jetzt Glück. Hallo, zeig doch mal. Ein Hund? Oh nein, Daniel. Mario war da. Ein Hund. Okay. Nein, 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 nein. Das ist doch ein Shiba Inu. Das ist nicht der gleiche Hund gewesen. Echt nicht? Nein, das war ein Shiba Inu. Das war ein normaler Hund. Daniel. Daniel, mach was anderes auf. Nein, 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 Daniel, mach was anderes auf. Zählt doch mal, ey. Das ist ein Schokolador. Was haben wir da nehmen? Da? Ja, oder ein zweiter. Hier? Ja. Hallo? Du kannst es echt nicht. Das ist vielleicht einfach deine Schuld, weil du mir die falschen... Ich freue mich aber noch nicht zu früh. So. Uh. Ja. Zwei eins. Also wir machen hier weiter. Du hast nur dich genommen, wo bin denn ich? Ja, ich bin halt einfach schöner, ne? Nein. 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 Ich hasse diesen Blick, ne? Wenn du es so machst, so... Pumpt dich dann? Drei eins. Ist okay. Für wen? Für euch. Die Eule? Nein, ein Griffel. Das ist eine Eule für mich. Ach ja. Schon wieder das Clown Auto. Das Clown Auto. Das verfolgt uns heute auf jeden Fall. Okay, Daniel, ich sag diesmal gar nichts. Danke. Besser ist das einfach. Nein. Ui. Jaaaa. Da war die. Drei zwei. Daniel, mach weiter. Komm. Ab einem gewissen Punkt ist das eigentlich ganz einfach. Das stimmt. Ich glaube, wir hatten hier vor. Das hatten wir noch nicht. Den haben wir noch nicht erreicht, den Punkt. Den haben wir einfach noch nicht erreicht. Oh, 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 oh. Ähm. Nein, nein. Es ist von der untersten Reihe einer. Der müsste das gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Jaaaa! Jawoll! Warum zeigst du dich mit der Kamera auf den? Dann hätte ich dir den Self nicht genommen. Hehehe. Punkte stand? Punkte stand? Habe ich vergessen. Drei, drei. Mein Lieber. Gut. Danja, komm, 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 komm. Ja! Nein! Nein! Das war jetzt nicht falsch. Das hier. Jaaaa! Vier, drei! Ey, das ist ein Siegeszug gerade hier. Danja, bleib hier in der Mitte. Bleib hier in der Mitte. Mach erst was in der Mitte auf. Ja! 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 Jaaaa! Wir gewinnen sowas von. Und ich wusste, dass der da liegt. Ja, du hast doch gerade gesagt, ich soll das extra machen. So, ich würde mal sagen, mach mal die Ecke hier auf. Die Ecke hatten wir noch. Punkte stand? Aber doch nicht, weil man gar keine Ahnung hat über den. Sechs, drei. Oh! Das war doch Shane. Entweder da oder da, glaube ich. Claudio sagt das. Nein, ich glaube ihm nicht. Ich sage Mitte. Das ist der. Auf jeden Fall. Nein! Aber gut, den hatten wir noch nicht. Nee, den hatten wir noch nicht. Aber das Problem ist... Mach den als erstes, Remy. Warte, wie viel steht's? Sechs, drei, sechs, drei. Wir haben noch eins, zwei, drei, vier Päsche. Oh nein! Remy, mach den als erstes. Nein, warum machst du denn den als erstes? Ruhig. Ja! Oh mein Gott, du bist durch Schleif. Ey, was... Dann musst du noch eins aufmachen, dann haben wir gewonnen. Spielst du mit mir oder gegen mich? Ich glaube, mach mal einen von den beiden auf. Da könnte der Puma sein. Nee, das ist der normale Hund. Ähm... Hier, was lag? Hier, 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 glaube ich. Meinst du? Ich glaube, ja. Versuch's mal. Nein! Nein, das ist jetzt ganz ungünstig. René, wenn du jetzt... Ich sag nichts, komm! Ja, komm! Hä? Ja. Hm... Punkt ist dann? Sechs zu vier. Er kann jetzt schwierig, ne? Jetzt ist es schwierig. Wo war der denn nochmal, ey? Mein Atem. Hiiii! Hallo, Claudio, nein! Ja, du weißt, wo der Puma ist, ne? Ja, ich weiß, wo der Puma ist. Okay. Warum hast du den nicht aufgemacht? Das frage ich mich allerdings. Hä? Du hast dich doch gerade gesehen, René. Ja, das weiß ich auch. Und damit haben wir die Runde gewonnen, ne? Runde! So, wollen wir den Rest aufmachen? Ja. Ja. Ui! Zwei Biber. Okay, alles klar. Wir bereiten die zweite Runde direkt mal vor. Ja. Erste Runde haben wir natürlich ein bisschen Vorsprung gelassen, aber jetzt geht's los. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie du in der letzte Runde den Puma nicht bekommst. Ich auch nicht. Das war ein bisschen Fail. Aber ich hätte es auch nicht gemerkt, René. Komm, Daniel, holst du diese Runde? Haben wir gewonnen. Wer darf beginnen? Verlierer, oder? Nein. Schnick, schnack, schnuck. Mann, selbst hier verlierst du! Ja, ist doch gut. Das ist ja dann. Das ist nicht schlecht. Dann wissen wir ja schon mal zwei Karten. Ja, sehr gut! Schade. Der rote Panda. Oh! Oh! Das war mal ein guter. Was war jetzt nochmal genau daran schlimm, dass ich den Schnicky verloren habe? Äh, Punktestank? Was für Punkt ist der 1-0, Mann! Jetzt zähl doch mal! Kannst du nicht zählen? Schau mir gleich deine Mütze vorm Kopf! Oh! Okay, dann machen wir mal hier weiter. Oh! Shiba Inu, ja. Und das Clown-Auto. Okay. Und das ist der Griffin. Der hatten wir bisher noch nicht. Stark. Stark da, ja. Pardon! Ganz stark. Ramsey. Und der rote Panda. Nee, der Biba. Ganz schwierig. Habt ihr beide nicht gemerkt, wo der Shiba Inu war? Das waren noch zwei unterschiedliche. Ja? Ja. Es gibt einmal Shiba Inu und es gibt einmal Dingo, der fast genauso aussieht. Ach so. Schade. Schade, schade, schade. So, wir haben jetzt hier Shane. Den hatten wir bisher, glaube ich, auch noch gar nicht. Uh! Was ist denn der? Nein, wir hatten trotzdem noch keinen. Guck mal nach, wo der Kuh steht. Den hier? Ja. Ja. Ehh. Quer rüber. Diagonal. Ne. Diagonal? Guck mal, das Blatt, was so gewölbt ist, was er hat sich gerade in der Hand? Dann ja. Mach nach dein Dorfgefühl bisher. Ohhhh! Das war bestimmt trotzdem her. Das war wohl dann doch das Blatt. Jawohl. Punkt die Stunde? 2-0. Warten wir mal ab, die Runde geht noch lange. Okay. So, wir machen mal hier weiter. Gut, habt ihr euch die Pizza gemerkt? Die Salami Pizza, die hatten wir heute schon mal. Die war hier irgendwo. Seid bitte vorsichtig. Das ist echt gefährlich mit den Schuhen. Da kann echt jemand sterben. Das hattest du doch grad schon. Oder? Ja? Nein! Dann ja! Ja! Punkte statt? 2-1. Ja, sehr gut. Mach einfach auf. Das ist egal. Uhhh! Uhhh! Nichts! Ich glaube... Schellen war hier irgendwo. Hm. Oder auch nicht. Ne? Machst du hier genügend Kahn? Alles gut. Klappt gut. Freunden für was Schönes. Ich beobachte das von hier. Was hattest du gerade denn hier? Das hier, ne? Ich weiß nicht. Das war der Schokolabrador. Ich merke, dein Gedächtnis ist einigermaßen. Das hat noch gar nichts heute. So ein schöner Anblick. Mann ey, das ist so schmierig. Oh! Ich glaube, ich weiß wo der war. Ich glaube, ich weiß wo der war. Bei den Schnabel sagen wir nichts. Also außer mir dann. Der darfst du doch sagen. Ah! Ich glaube, das war nicht einer von den dreien. Mann! Zum dritten Mal macht er das jetzt auf. Oh! Okay, okay. Ich glaube, dann ja. Da war der. Das ist der Schokolabrador. Ja. Nein! Wirst du mich eigentlich... Das ist wirklich der Schokolabrador. Ich glaube, die hatten wir aber noch gar nicht bisher. Ja! Sehr gut! Punkt 2! Okay, würdest du Shane vielleicht versuchen zu bekommen? Ich hatte ein bisschen Angst, ne? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo Shane war. Da war Shane. Hier? Ne, einen daneben. Da? Ja. Stopp! Und der? Der hier? Nein, 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 nein. Der nehmen müsste ich es ja sein. Ich glaube schon, ja. Ich meine schon. Ich meine schon, dann ja. I trust you. Nein! Ja, Karlstadt! Guck mal, René. Guck mal, René. Guck mal. Hast du Lust? Ich weiß nicht, was du meinst. Drei, zwei. Oh, klar. War das nicht direkt davor? Nee. Ja! Ich versuch die zu verfolgen. Guck mal, und dann sagt der, und dann macht der, der Kamera noch voll ernst. Ne, ne, da ist das nicht. Steht 4 zu 2. Da war klar, okay, da ist das. 4 zu 2. Okay. Oh Mann. Oder was hier? Ich glaube, das war da. Versuch's. Versuch's. Ja! 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 René! Das muss, ne? Ist mir egal. Okay, ich mach mal Punkte statt. 5 zu 2. Sehr gut. Komm, ich bau das sogar hier extra auf. Ich glaube, hier hat's doch noch nichts auf. Gar nichts. Ne, ich mach mal den anderen. Ja, mach mal den. Oh, ich glaube hier. Hier in der Ecke muss das sein. Das ist das Schokolavador. Nein, das ist das Schokolavador. René, vertraust du mir jetzt? Ja. Dann, wenn du jetzt Club bist, drehst du den als erstes jetzt an. Mach das einfach mal. So, und jetzt denk nach. Er hat sich die Markierung gemerkt. Ja, ich glaube, weil da hier die Farbe drauf ist. Nein, nenne ich nicht. Ja, komm, hör auf. Okay, es steht 5 zu 3. So, René, jetzt kann ich dir nicht mehr helfen. Jetzt weiß ich sie selber nicht mehr. Jetzt wird's echt schwer. Jetzt wird's echt schwer. Ich mach mal hier. Nein! Ja! Der holt auf! Punkt nicht dann, René? Keine Ahnung. 5 zu 4. 5 zu 4. Das Problem ist, ich hab jetzt aber gar keine Ahnung mehr, wo was läuft. Also... Ich helb dir auch nicht mehr. Ich helb auch nicht mehr. Das müsst ihr jetzt. Jetzt ist es wirklich... Kopf am Kopf, komm. Ist ein Zweikampf jetzt. Nein! Das war's? Du musst mir noch... Der Schieberinu. Ja. Ne, das ist der Dingo. Ach, das ist der Dingo. Sorry. Genau. So. Hauptsache, das ist jetzt nicht der Griffin drin. Shhhh. Das Ding ist, wenn ich's jetzt verkacke, dann ist es verloren. Komm mal her, da haben wir die Runde verloren. Gut, es gibt ja noch ne letzte Runde sonst. Ich weiß es, Daniel, wo es ist. Jetzt halt doch mal den Rand. You spin my head right round, right round. Right round. Right round. Right round. Not that right. That right? Ähm. Ja komm. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hab nichts gesagt. Ich hab gesagt, du entscheidest das. Er hat nur gesungen. Oh. 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 Oh, da sind ja die beiden. Es steht 6 zu 5 für... Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist jetzt Glückssache. Nein. Ja, du weißt. Ja, du weißt. Ja, du weißt. Yes. 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 Somit haben die... Haben wir. Somit haben wir gewonnen. Team Spiel mit mir. Einfach. Ja, wäre auch unhöflich, wenn ich euch beim ersten Mal direkt abziehe. Deswegen. Ja, ja. Leute. Ich glaub die dritte Runde ist gar nicht mehr notwendig. Ist doch nicht. Wir haben gewonnen. Ja, damit haben wir hier bei der Chaos Crew absolut gerockt. Ja. Wir haben sowieso keine Chance. Überlasst das mal hier den Profis. Ne? Diese Geschichte mit YouTube und so. Ihr könnt wieder zu meinem Video oder so gehen. Ich gönne dir gerne das Erfolgserlebnis. Aber nächstes Mal spielen wir natürlich. Du hast auch gar nicht gewonnen. Daniel hat gewonnen. So. Aber nicht vergessen, auf Spiel mit mir ist genau das gleiche Video mit einem Duell zwischen mir und Claudio online gegangen. Also das auf jeden Fall auch abchecken, um zu gucken, ob wir wirklich gewonnen haben. Oder ob es doch unentschieden am Ende des Tages war. Ganz genau. Ich bin gespannt. Ganz genau. Und wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.